Ich danke euch allen fürs Zuhören und möchte euch wirklich einladen, zu Tom's Doorway to the Future Event für CUSAC vom 29. September bis zum 4. Oktober nach Huntsville, Alabama zu kommen. Das Event wird im Ambassi Sweets Hotel stattfinden. Und ich denke, es wird ein Riesenspaß. Es werden viele Speaker dort Vorträge halten, wie Donald Hoffman und Peter Sage. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei wärst. Ich werde auf jeden Fall dort sein und viele weitere Freunde. Und ich denke, es wird ein sehr aufregendes, unterhaltsames und bedeutungsvolles Event werden. Ich kann dem noch ein klein wenig hinzufügen. Auf diesem Symposium werden einige sehr talentierte Leute über die Verbindung von Wissenschaft und Bewusstsein sprechen. Über Dinge, die sie tun. Über Dinge, die sie erreicht haben. Aber neben einer Menge brillanter Vorträge werden wir auch Spaß haben. Ich mag keine Symposien, wo man hingeht und Vortrag nach Vortrag nach Vortrag nach Vortrag hört. Und nach dem vierten Vortrag verdrehen sich einem die Augen und man kann sowieso nichts mehr verarbeiten. Ich möchte also nicht, dass dies ein solches Symposium wird. Dieses Symposium soll Spaß machen. Die Vorträge werden nicht den ganzen Tag über hinweg stündlich stattfinden. Es wird viel Zeit für den Austausch mit anderen Teilnehmern geben. Es wird viel Zeit für soziale Kontakte geben. Wir werden einige, hoffentlich sehr gute Musiker dabei haben, die für uns spielen werden. Am Ende eines jeden Tages werden wir zusammenkommen, Musik spielen, tanzen, reden, zusammensitzen und im Grunde genommen eine Party feiern und uns besser kennenlernen als nur Vortragende und Publikum. Denn die Vortragenden werden größtenteils anwesend sein. Wir haben ein paar, die aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht dabei sein können und deshalb per Zoom zugeschaltet werden müssen, aber größtenteils werden die Leute persönlich anwesend sein. Es wird möglich sein, mit diesen Leuten zu sprechen, sich mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir haben eine Menge unterhaltsamer Extras, wie zum Beispiel ein Mitarbeiter vom Monroe-Institut, der eine neue Technologie vorführen wird, von der er sagt, dass sie garantiert, dass man sich in einer anderen Realität irgendwo anders wiederfindet, wenn man die Kopfhörer aufsetzt. Das wird also interessant. Morgens wird es Yoga-Kurse geben und es wird ein Musiker dort sein, der ein Gerät entwickelt hat, mit dem er deine Gehirnströme misst, indem er einen kleinen Streifen auf deine Stirn klebt, der wie ein EEG deine Gehirnströme liest. Und er wandelt diese dann in Musik um. Er lässt jede einzelne Gehirnwelle ein Instrument sein, zum Beispiel in einem Orchester, und er wandelt sie in Musik um. Du kannst also hören, wie du denkst. Wenn du sehr durcheinander und chaotisch denkst, dann hörst du durcheinander gewürfelte, chaotische Klänge. Wenn du aber kohärent und produktiv denkst, dann hörst du sehr schöne, wunderbare Klänge. Es ist also einfach ein interessantes Konzept, das er hat, und darüber wird er sprechen, und außerdem noch über andere Dinge. Er nähert sich dem Thema Wissenschaft und Bewusstsein über die Kunst an. Bei seiner Kunst, der Musik, geht es vor allem darum, mit den Menschen auf der Bewusstseinsebene, auf der intuitiven Ebene in Verbindung zu treten. Er hat viel darüber gelernt und wird einer der Redner sein, der dort auch sein kleines Gerät vorführen wird. Es wird also interessante Dinge wie diese geben, die am Rande stattfinden werden. Dies sind keine großen Vorträge, aber es werden Dinge passieren, die man hautnah erfahren kann. Wir wollen also nicht, dass es rein intellektuell ist, damit man nur da sitzt und es bloß hier reingeht und du es dann intellektuell verarbeitest. Wir haben also eine ganze Reihe von Dingen, die überhaupt nicht intellektuell sind. Sie sind intuitiv, es sind Erfahrungsübungen. Man erlebt diese Dinge. Man hört nicht nur darüber und denkt darüber nach, sondern man erlebt sie. Kommt also alle gern nach Hansville und besucht das Symposium. Und ihr werdet nicht nur Spaß haben, sondern auch etwas lernen, indem ihr eigene Erfahrungen macht und indem ihr einigen sehr cleveren Leuten zuhört, die darüber sprechen, was sie über Bewusstsein und Wissenschaft wissen. Es wird eine Party sein, ebenso wie ein normales Symposium. Und an alle, die die Interviews von Caroline und mir gehört haben, nun, wie Caroline schon sagte, wird sie auch dort sein. Wenn ihr also diese wunderbare Lady persönlich treffen wollt, dann müsst ihr einfach nur zu dieser Veranstaltung kommen. Sie wird den ganzen Tag über täglich dort sein. Und ihr könnt Caroline kennenlernen. Das allein ist schon das Ticket wert. Ja, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, alle dort zu treffen und mit allen zu tanzen, so wie wir es beim letzten Mal gemacht haben. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich denke, es wird sich für alle lohnen und ich kann es kaum erwarten. Ja, ich denke, man hat dort die lehrreichen, die intellektuellen Sachen, aber man braucht auch das Erfahrbare und die vernetzenden, verbindenden Dinge, weißt du. Man braucht beides. Wenn man wirklich sein Wachstum und sein Lernen maximieren will, kann man es nicht einfach nur zu einem intellektuellen Prozess machen. Man muss es zu einem Prozess machen, bei dem man Kontakte knüpft, Leute trifft, sich austauscht und praktische Erfahrungen sammelt. Wir werden also versuchen, diese beiden Aspekte auf sehr interessante und künstlerische Weise zu kombinieren. Ich wollte noch erwähnen, dass es auch Yoga und Meditationsangebote geben wird. Es wird für jeden etwas dabei sein. Also, seid dabei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ст. von